Musik Können wir gerne nachsehen Ja, du hast dieses Kämpfen, du hast diese Weggrennszenen, diese Quicktime-Events zwischendrin, du hast so Momente, wo du halt hier rumlaufen kannst und mit den Leuten reden kannst Die Vielseitigkeit ist auch schon mal wirklich nice Hey, Juna Willst du reden? Du klopfst an die Tür Hallo? Ist das eine Türklinke? Einfach rein Nein, das ist nur... Sorry, I guess Just a moment, I'm changing Das sie Nein, auf gar keinen Fall Pärchen muss da stehen Ich sagte, shut up! Ich weiß Ich kann nicht glauben, dass Chani das gemacht hat Ja, aber wenn irgendjemand das nicht wollte, dann war es Chani Also, das war nun wirklich einfach, also es war einfach dumm von ihm und naiv, aber natürlich nicht mit Absicht Oder mit bösen Hintergedanken Er hat sich entschuldigt Aha, er entschuldigte Ist das wirklich alles, was es braucht? Sich zu entschuldigen kann ganz schön schwer sein Chani hat etwas, was er wusste, dass er nicht hätte Und You were here defending him Even though it might make me like you less You know It's hard to make real friends in the entertainment industry Or so I thought Until I met Jisoo I don't know why, but It never felt like she wanted anything from me Other than my company We could spend hours talking about music, the pressure Everything But then It happened Jisoo Are you there? I I need you to come pick me up, Jisoo Um Can't you get somebody else to pick you up? No Everybody else is drunk I need you, Jisoo Okay Where are you? That's a bar, Jisoo I just need a minute Yeah, and the paparazzi just needs a second Jisoo This could ruin your career Don't be so dramatic, Yuna It'll just be a second Worrying about you isn't being dramatic Jisoo, you came It's been too long You weren't lying You actually know, Jisoo I told you I was childhood friends with Jisoo Hey Can we have a picture? Uh, this place is... Come on, Jisoo It's just a picture They've been waiting for ever Wait, not here Okay, everybody smile Jisoo Jisoo A musical prodigy Is causing a stir online After a photo of her drinking at a bar Surfaced on social media Oh nein Oh mein Gott Ein Star, der in eine Bar geht Und Alkohol trinkt Ja, wie konnte sie es nur wagen Sonst, ob sie jemanden umgebracht hat, hä? I wanted to defend her But management told me I couldn't To be honest When they said that That way It wasn't my responsibility But it was I was there I knew the truth That I was scared What if they thought I was drinking too? It's Kind of strange I've never shared this story before I wonder how you got it out of me Ich bin einfach cool Hey, ich wollte eigentlich einen Regenschirm machen, ja Ich kann nicht glauben, dass du dich vergisst, Chani Ich glaube, ich brauche jetzt meine Schönheit zu schlafen Good night Rang 1 Beginn einer einzigartigen Beziehung Sofortige Heilung Combo-Finisher Boah, und je krasser Ah, je krasser wir die Beziehung hochleveln Das ist so wie in The Legend of Heroes dann Dann können die bessere Kombos machen Das ist nice Das heißt, das hat dann auch im Kampf Vorteile Kann man überhaupt pennen, wenn die ganze Zeit der Abend so leuchtet? Ich könnte da gar nicht einschlafen, weil es dann nicht dunkel werden kann, richtig Lol Ich sehe, du hast ein bisschen mit Yuna Yuna Du kannst jetzt durch Eisbarrieren brechen Hört sich krass an Und dafür kriege ich bei Ausdruck mehr, weil ich sage, ich hört sich krass an Ja, das habe ich basically auch gerade schon gesagt Meine Menschlichkeit Meine Menschlichkeit Bonds can give you love, empathy, purpose Powerful things that some would give everything to experience Even what makes them them So, yeah I'd like to apologize for being an idiot I was the only one that didn't have any power And I got desperate It's okay, Chani I forgive you Hm, sag's ruhig laut Oh, yeah, of course Now what? We try not to die True Das wäre auf jeden Fall ein Anfang Und du hast gelacht und gelacht in dem Wissen Dass du weinen würdest, wenn du aufhörst Okay, so we have to go through two of these walls Which are definitely full of monsters All to get the stone and turn people back to normal? Not just people Everything Ich mag normal Ja, die Frage ist, was ist... Na, aber was... Ja, ich mag normal In dem Fall Sind Zombies nicht normal Tentacle-Boy Regenschirm Everyone, please come inside Everyone, please come inside Apologies I spent the whole night researching Anyway, I've discovered that the giant you saw last night Is an infected hacker He has developed the ability to hack intuitively And he's been using that ability to draw people to the wall But why is he doing that? I don't know But he's currently attempting to hack into our train Based on his hacking methods I have calculated that he will succeed in five days However, if you can find his main computer I can stop him Where is it? On the other side of the wall Of course it is Now, inside the wall Did you find anything like a path? Ah, the glowing line! Yeah We never saw where that led us to It's worth seeing if it leads to the other side Remember You have five days before our train is hacked If we lose the train It will be impossible to prevent Umbra from awakening the stone Wieso ist denn der Zug so krass wichtig? Haben wir das schon erfahren? We will all turn into one of them Um, how much time do we have before the stone's awakening? For that, please have a look at this gauge This is a measure of how much Umbra energy is in the atmosphere An amount that will only increase as Umbra awakens the stone Fortunately, at the current rate, we still have a chance Cool, cool But what happens if we hit red? The world as we know it would begin to end Apologies I didn't mean to frighten you We have plenty of time Yeah, no clue Unless of course Umbra finds the totem What's a totem? The totem is an artifact that speeds up the awakening of the stone But it hasn't been seen in 800 years So don't worry, Umbra won't find it Well, now that you said that She definitely will Regardless It seems your time has come, Chani Are you saying what I think you're saying? I'm ready to receive my power Uh, Chani I would like to ask you to please manage expectations Oh, uh So I'm not getting powers? Oh, you are It's just that they may not be amazing Whatever they are I'll make them amazing I'm sure you will Here it is I can feel the power growing inside of me So, what can I do? Spitfire? Fly? Your power is the ability to make him stronger Ha 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 Geil, Alter Das eine, was er auf gar keinen Fall sein wollte, ist Supporter Really? That's it? Und das ist alles, was er kann I promise, your support will be vital So, I'm support Aber hey Ja, es ist definitiv wichtig, dass er mich unterstützt Klar Okay I'm going to be the best support ever Tell me everything, Aria World's changed a lot in the last couple of days Gerade jetzt, wo ich ein Date hatte Ich hoffe doch Und das zurecht Exactly I'm going to support the hell out of you, dude But honestly Why couldn't I help in a Cooler way Ich Never mind Let's just move on Danke, sehr froh, dass du überhaupt eine Power hast Mich stärker zu machen, ist absolut cool Dude Ja, und du verstärkst dieses Schwert Verstehst du das? I'm sorry for the way I acted in the wall Yeah, it wasn't cool Ich muss sagen, ich verstehe ihn Anyway That's why I started Wingman services I'm ready to help you with all of your wingmaning needs Come around later And I'll show you what I can do Shiny Buff Level 1 TP1, TP2 Kalender Gameplay Du kannst deinen eigenen Zeitplan frei gestalten Aber denk dran, dass deine Zeit begrenzt ist Wenn du die Hauptmission innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht abschließt, ist das Spiel vorbei Wenn du mit Aria an der Hologrammstation im Zug sprichst, kannst du den Hauptdungeon betreten What? Wirklich? Ich kann das Ach, ich kann das komplett frei entscheiden Aber wir müssen es in 5 Tagen schaffen In der Nacht kannst du nicht an die Mauer gehen Berücksichtige dies bei deiner Terminplanung Versuche deine Beziehung zu deinen Begleitern zu stärken und stärker zu werden Ich verstehe Also der Hauptfokus sollte wirklich darauf liegen, ähm Hauptquests zu machen Ah, ich verstehe, okay Wir können jetzt Zeit verbringen und so weiter und so fort Aber man darf es nicht zu viel machen Weil dann einfach zu viel Zeit vergeht, sozusagen Hey, hast du ein bisschen Zeit? Ja Okay, wir gehen in mein Zimmer Ja, klar, gerne Du und Juna reden für 30 Minuten über nichts Bestimmtes Ja, wie man redet über nichts Bestimmtes Also ja, das ist der Art von Zutatenpaste, die ich benutze So, über sowas reden wir Ja, das ist mega interessant Das wollte ich schon immer mal wissen Faszinierend Oh, Level Up Ich weiß, richtig? Ich denke, es ist cool, zu denken, wie wir waren Warnere, nur ein paar Tage vor Ja, kann ich mir auch überhaupt nicht mehr vorstellen Als Team schaffen wir das Genau Tentacle Boy Das war nicht eine Invitation Noch nicht Wenn sie mich schon damit aufzieht, dann werde ich das mal zeigen Oh ja, ich weiß Ich habe mich über Jisoo Selbst nach allem, was ihr zu tun hat Sie hat nicht verholt Sie hat versucht, einen Rückkehr zu machen Aber Leute vergessen Aber was denn für eine Vergangenheit Dass sie mal ein Bier Dass sie mal ein Bier Vor allem Man sieht ja wahrscheinlich nicht mal, dass sie Sie hatte auf dem Bild nicht mal ein Bier in der Hand Aber selbst wenn sie eins in der Hand gehabt hätte Was denn für eine Vergangenheit Als einfach mal einmal in der Bar gewesen Und einmal Also als Minderjährige vielleicht Dann kann ich es verstehen Das ist wirklich dann ein Karrierekiller Aber die sind doch nicht mehr minderjährig, oder? Sind die minderjährig? Also Yuna hier jetzt schon Ja, aber ich dachte Ihre Freundin Jisoo ist viel älter Also dass die nicht mehr minderjährig ist Klar, wenn die jetzt auch erst irgendwie 15 oder 16 oder so ist Und es in Japan irgendwie Noch nicht erlaubt ist Dass man dann ein Bier trinkt Ich weiß ja nicht, ab wann Das da erlaubt ist Ich glaube nicht Ich glaube erst ab 18 oder so Oder 21 Dann ist es natürlich doch ein Skandal Ja, klar Dann ist es wirklich mies Aber Sie hatte ja gar kein Bier Sie war in der Bar Aber es gibt keinen Beweis Dass sie tatsächlich ein Bier konsumiert hat Deswegen Also das kann man eigentlich nicht daraus drehen Da kann man ja auch gerichtlich theoretisch gegen vorgehen Aber gut Also ich verstehe den Kern hier Aber sie wurde ja bei nichts Schlimmem erwischt Also kann das doch eigentlich Nicht sein When the walls came For some strange reason I called Jisoo She lived in the area So I was hoping we could meet at the shelter She wasn't there Even if she was What would I even say to her? Have you and Chani always been great friends? Schon seit wir zur Grundschule gingen Schätze ich mal Das ist es Ihr seid alle zusammen zu Schule gegangen Ja Sag mir über das Okay Sie ist komplett Okay Sie ist total interessiert daran Du verbringst die nächste Stunde damit Über Chani's und Typhotix Abenteuer zu plaudern Auch die super peinlichen Jawohl Rang 2 bei Yuna Flächenheilung Feuerlelementarangriff Boah Jetzt wird's aber schnell geil Warte mal Vergeht jetzt wirklich Vergeht jetzt ein Tag Achso es wechselt Oh Wenn ich Zeit verbringe mit jemandem Dann wechselt's aber auch Zur Nacht Und scheiße Jetzt kann ich auch nicht mehr In den Dungeon gehen Also ja Dazu kümmert sich um alle Eure Ernährungsbedürfnisse Ich hab das Essen probiert Das ist grausam Warum sagen sie jetzt Nicht mehr den ganzen Satz Der da steht Irgendwelche Ideen Wir sollten einfach Alles einsacken Und klaufen Ja wir sollten beim Rahmenstand Einklaufen Den ich draußen gesehen hab Nachdem Chani vier Schiss In Rahmen klauft Nimmt er gleich noch Ein Nickerchen mit Hey Also Typhotix Wir brauchen nicht nur Essen Wir Ich brauche Ähm Computerspiele Nein Schmutzige Computerspiele Nein Ich brauche Hygieneartikel Für Frauen Aha Ich sage jetzt einfach mal Du brauchst doch kein Make-up So auf Komplimentbasis Weil Teddybären Ist glaube ich ein bisschen Was Ich brauche doch kein Ich brauche Einlagen Okay Ich besorge welche Nein Bring mich einfach dahin Wo ich welche finden kann Wo gehen wir hin Naja Convenience Store Oder nicht Was soll ich denn in der Bücherei Oder im Lagerhaus Da draußen sind so viele Infizierte Wir sollten hier nicht lange bleiben Alter man geht so Oh shit Okay warte Wir haben nicht viel Zeit Warte mal Warte mal Feuchttücher Wir haben nicht viel Zeit Nicht viel Zeit Nicht viel Zeit Nicht viel Zeit Gesichtsreiniger Wir müssen jetzt das Richtige finden Kaffeebohnen Knabberzeug Alter Das Letzte was ich durchsuche Ist es immer das Letzte was man durchsucht Zahnbürste Flammenwerfer What the fuck Schokolade Willst du mich verarschen Alter Ja An der Kasse An der Kasse sind die Einlagen Na gut Warum nicht Man hat auch so Custom Events Wo man dann irgendwo hingeht Und was Luden muss Alter Das ist echt nice Jetzt ist das die falsche Marke Klappe Erkunde zum ersten Mal die Stadt Überleben Juna Einlagen Plus 4 TP Plus 4 weiße Essenz Was denn jetzt weiße Essenz Stadterkundung und Kampfwerte Je nach Begleiter der dich bei der Stadterkundung begleitet Erhöhen sich bestimmte Kampfwerte Du kannst nachts einen Begleiter am sprechen Um ihn zur Stadterkundung mitzunehmen Okay man kann also nachts auch noch eine Stadterkundung machen Man geht also nicht nur pennen Man hat also nachts auch noch so ein Event Was man machen kann Das ist cool Dann kann man die Nacht immerhin trotzdem auch noch Also die Nacht kann man auch nutzen Um seine eigenen Stats zu verstärken Dann kann man ein Tagesevent benutzen Um mit jemandem die Beziehung zu verbessern Und dann geht man halt wahrscheinlich irgendwie Dann einmal am Tag in den Hauptdungeon Das Ding ist wir müssen mal gucken wie viele Level der hat Dass man eventuell zweimal irgendwie Wie viele Menschen habe ich heute auf dem Gewissen Nein es waren keine Menschen mehr Ja Bloß degenerierte Monster Die mal Menschen waren Aber klar jetzt nicht mehr sind Oder? Ja Darüber sollte ich mir jetzt keine Sorgen machen Es sind fucking Zombies die uns killen Wenn wir es nicht tun Does it really matter? Who the fuck bist du? Wahrscheinlich nicht No It doesn't It doesn't matter what you believe in What matters Is not failing True Well Let me remind you again Failures aren't very popular And you probably will fail Have people stare at you Judge you Wer bist du nochmal? Rang 2 Licht Elementarangriff Von irgendeinem Random Okay das ist also auch ein Begleiter auf jeden Fall Das wissen wir schon mal Der ist komplett in strahlender Farbe So wie mein Arm ist der am ganzen Körper Dann ist er vielleicht krass Gut Wir haben ja jetzt nur noch 4 Tage Versuche es geht's wie Todesstrohs oder Großschwert freizuschalten Hab ich schon Kann ich hier auch jederzeit speichern? Ja sehr gut Das ist wunderbar Das ist sehr sehr geil Soziale Fähigkeiten Okay ich hatte mich auch schon gefragt Ob man das irgendwo nachschauen kann Ja kann man Ach guck mal Hier sehen wir sogar schon eine Vorschau zu jedem Charakter den es gibt Es gibt 4 Begleiter insgesamt 3 Frauen und einen Typen Vielleicht ist das der Typ gerade gewesen Und man Kann den Man muss den bestimmte Artikel besorgen scheinbar Und ich schätze mal auch Je nachdem wie viele Artikel du Den Begleiter besorgst Also wir entscheiden uns dann irgendwie für einen Den wir richtig krass hochleveln Ähm Ausdruck Selbstbewusstsein, Akzeptanzmut Genau jedes Mal kriegen wir ein bisschen was dazu Und leveln dann da auch langsam hoch Und jetzt wollte ich noch Dann vielleicht den Äh Todesstoß Den könnten wir machen ne Das kann ich noch nicht skillen Guck mal und wir können unseren Schaden generell auch richtig krass erhöhen Und hier können wir für unsere Begleiter was holen Richtig Dann jetzt erstmal Jetzt haben wir schon das und das Jetzt fehlt noch Parieren Und Widerstand Und dann können wir glaube ich Licht elementaren Griff 2 machen Da wollen wir eigentlich hin Nun gut Leute Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten Ich hoffe mal das ist mit der Zeit jetzt nicht so knapp bemessen Dass wir bei 4 Tagen jetzt noch das schaffen Weil sonst ist das Spiel ja legit einfach Ich frage mich was passiert denn dann Wenn das Spiel einfach vorbei ist Also wenn ich jetzt einfach meine Zeit nicht richtig eingeteilt habe Dann bin ich ja eigentlich softlocked oder Und schaffe das zeitlich nie Egal wie oft ich neu lade Ich habe keine Ahnung was dann passiert Eigentlich wollen wir es auch nicht rausfinden Und dementsprechend stürzen wir uns das nächste Mal wieder auf In den Hauptdungeon Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin und ciao Bis dahin und ciao Bis dahin und ciao Bis zum nächsten Mal.